Oben passt alles? Ja, hallo meine Freunde. Willkommen zum Podcast Nummer 15. In the place to be. Representing my brother from another mother. On the outside Mr. Gorminister. Check it out. In the middle is Moni. My girl Moni Paponi in the place to be aka DJ DSD. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Applaus. Juhu. So. Und jetzt geht es glaube ich auch los. Und jetzt wollen wir alle noch einmal kurz sagen Prost. Prost doch da wäre echt gut. Aber ich kann ja nicht. Ping. Pong. Pong. Ich weiß nicht. Irgendwie. Es geht nicht durch die Maske. Auf jeden Fall Soundtrack auf Vinyl Teil 2. Ich kenne das nicht mal ab. Warte ich schon. Check it out. Check it out. Ach du Kacke. Ich kann jetzt schon. Ich muss jetzt schon kotzen. Hör. Es wird gespielt hier. Ah ja 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 ja. Das ist ein Spiel aber. Jedi Meister. Was ist das denn? Was passiert? Alter. Das möchtet ihr nicht wissen was das ist. Aber ihr werttet es gleich treten. Neues Experiment. Und ihr wollt es sagen? Ja. Da. Boah es sieht aus wie rein ejakuliert und Farbe dazu gemacht. es ist nicht so ein eierkörchen aus bourbon und originaler vanille frisch gemacht von der oma von meinem arbeitskollegen ich finde das mal kurz mit hier drei prosches auf einmal leckst du dir die finger nach das riecht auf jeden fall schon in die lux der herr erst mal in den augen und dann zu kamera jetzt mal rein nach prüsterchen ach hier extra kann man aber ich habe das ist aber süffig das finde ich aber süffig also schloss kann ja so nicht so hoffen soll ich dachte mal dass sie am pinnchen ist ja mit solch einem getränk kann man schnell perdu werden es ragt weit in den hals hinein da gebe ich dir ja wir hatten uns vorgenommen heute mal so 234 also wir haben gesagt jeder bringt vier soundtracks mit seiner lieblings soundtracks natürlich auch vinyl ganz klar und wir sprechen vielleicht mal ganz kurz über den soundtrack man ist herausgekommen warum ist der cool und ist der film überhaupt gut zu dem soundtrack das in diesem kleinen männerrunden gespräch heute am dritten weihnachtsfeiertag 2009 jetzt ist die frage wer fängt denn da so gute frage der gastgeber doch wohl oder keiner mehr woher mache ich mal ganz locker so meine freude und sie mal hier ein cover hervor das seinesgleichen so bis kennen es ist definitiv auch eine nachpressung das stimmt tatsächlich aber es ist eine sehr schöne nachpressung weil ganz einfach die grafik perfektion irgendwie noch mal aus dem film geholt wurde für die maske und so siehst du dann hier ist das von mondo zufällig das kann ich dir gar nicht sagen jeden drauf könnte eher ein blenden das sieht man hier nicht nee es ist auf jeden fall ein geld voll da hinten doppel auch ich sage mal dass die kurz vorne einmal vorne jerry goldsmith vielleicht sagen wir das noch mal einmal aber er hat den großaufnahme finden auch sofort eindrucksvoll die lebensuhr die sich in der hand befindet auf deutsch hieß der film flucht ins 23 jahrhundert bis 1976 erschienen und die menschen in dieser welt haben eine lebensuhr in der hand die wir gerade auf der rückseite gesehen haben und die läuft nach 30 jahren ab oder muss man in das karussell das sehen wir hier die weit ist in dem karussell wird man dann einfach getötet weil die welt in der dieser film spielt ganz einfach unter kuppeln stattfindet und da darf halt keine überbevölkerung stattfinden weil sonst sind zu viele und dann deshalb gehen die menschen ins karussell und sterben halt mit 30 jahren aber einige wir haben überlebt sind ausgebrochen mgm puts the future in the palm of your hand this is the 23rd century where sophisticated technology has created an automated world of warmness a world beyond imagination until now it is filled with beauty and the vitality of youth pleasure is the way of life but in the 23rd century life lasts 30 years not one day less not one day more when the crystal in the palm of your hand flashes its final message your time is up but there are a few rebels who run in search of sanctuary logan train to enforce the law there's to become a runner himself he and the girl who loves him become the hunted when they set off on logan's run a fantastic adventure through the 23rd century das ist die handlung des films kann ich nur sehr sehr gut kann man empfehlen ist auch aufgegriffen worden tatsächlich hier gibt es so einen film mit justin timberlake die haben hier auch diese uhr drin genau die sind damit bezahlen genau die haben damit bezahlen tatsächlich noch die island mit dazu zählen ist doch glaube ich hier mit mcgregor mcgregor manche auch genau und der geschichte auch auf dass alle glauben es gibt irgendwo so ein island irgendwie wo ja wenn da hin kommt es ist super wo man dann genau aber ist halt nicht so super so so Untertitelung des ZDF, 2020 Logans Run, Flucht ins Trends, 20 Jahrhundert, Gatefault Vinyl, ist auch farbig das Vinyl, ich muss gerne mal kurz auf den Kanal wieder einmal, natürlich, natürlich auch im Gang, aber immer schön grün, geil, schön, ja grün finde ich mal gut, und die zweite haben sie natürlich sich nicht lupen lassen, nicht auch doch mal grün gemacht, sondern haben dann einmal schönes Grün gemacht, sodass man wieder auch so ein bisschen dieses 3D Ding mit der rot-grünen Brille, ist das eigentlich, ist das jetzt voll offen, diese ganzen Pressungen, die es ja mittlerweile auf Platte gibt, Ist das oft, dass die jetzt farbig sind? Ja, ja, auf jeden Fall Weil die haben das ja letztens, wo wir nicht gefiltert haben, oder so, ne, wo dann auch die Akkabender und das und das und das Also, Fachleute streiten sich ja immer über die Qualität, dass bunte Vinylplatten halt nicht so robust wären, als wenn es schwarzes Vinyl wäre, ist aber mittlerweile tatsächlich nicht mehr so Ich weiß, es ist schon früher, alle farbig waren entweder marmoriert oder einfach eine Farbe, ich finde, hat die farbigen Platten gut, wo du nicht durchgucken kannst, also die, die gerade gezeichnet, da kannst du halt durchgucken, im Endeffekt, nimm das ja mal grün, aber es gibt halt genau den Farben auch, irgendwo halt nicht durchgucken kannst die sind so meine aus der picture ist bei picture dieses tatsächlich so dass der sound wirklich nicht ganz so toll ist irgendwie aber habe ich es mittlerweile ja so wahrscheinlich nicht wie in der 80er oder so weil da ist er halt echt zwischendurch meine maxi gehabt aber du hast heute scheiß pressungen weil ganz viele leute machen halt will ich dann gut und will ich jetzt dann aber nicht so gut weil dann ist das master meistens nicht ganz so optimal abgenommen worden von den menschen so und dann können wir dann von dem master noch mal was presst ist und dann bin ich genauso kacke ja macht also ganz sinn also vinyl sollte man wenn man vinyl herstellt es mir einfach mit ein bisschen liebe machen das wäre schon ausreichend vielleicht mal zwei drei marken mehr investieren ja die man aber ja die man aber die man vorbestellen musste im internet sonst hat man die nicht bekommen in dieser art und weise und zwar ein held meiner jugend da kann das so gut sehen wir jetzt daraus wird jetzt aber nicht irgend so eine fakta edition hier schön und doppel sehen ja da steht dann hier noch mal also so produktions credits drin und es geht ja noch weiter da muss ja man muss ja auch mal gucken hier wie die farbe aussieht der tür vorher schon geschrieben ich weiß gar nicht was aber ich krieg euch alle wir haben gerade darüber gesprochen das ist das was nicht transparent ist solid white Musik Muss man zum Captain Future was sagen? Ich glaube, jeder, der den Kanal verfolgt, war auch mal jung. Darf ich die mal? Kann ich die mal mit dir ankommen, wollte? Das ist nur ein bisschen blöd gelaufen mit der Pressung. Normalerweise hast du die Platten halt so im Gatefold, aber das Gatefold ist halt so. Die sind halt unten drin. Das wollte ich nämlich gerade fragen, das habe ich gerade gesehen. Das ist leider ein Fehler gewesen. Finde ich aber irgendwie ist es auch schon wieder cool. Wie geil ist das? Guck mal hier. Samstag 27 September 1980, 14.47 Uhr. Der Fernseher ist auf das zweite deutsche Fernseher eingestellt. Da muss direkt Dieter Tomasek reden, Alter. So geil, Alter. Ich kacke ab, Alter, wie geil ist das denn mit diesem Tech? Ich kacke einfach nur so Metallarmband an euch, dass wir Dieter Tomasek sehen. Ja, mach mal. Ach ja, diese. Alter, aber wie geil ist das denn? Guck mal. Geh kurz. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber du... Alter, aber wie geil ist das hier bitte? Wie geil ist das denn geschrieben? Hier steht schon Curtis Newton, Alter. Da muss doch jeder von uns schon gecheckt haben, dass Captain Kirk einen Namen hatte. Wusste ich als Kind, ist Curtis Newton. Ja. Die Newton-Eltern wurden umgebracht halt und hin und her, Alter. Wie, du wusstest jetzt nicht, dass Captain Future Curtis Newton... Nein, das habe ich in 40 Jahren verdrängt. Es gab eine Zeit, in der Helden noch wahre Helden waren. Captain Future. Sie sind unsere einzige Hoffnung, Captain. Das Weltall gehört mir. Sie haben noch nicht gewonnen. Captain Future kehrt zurück. Mit seinem Raumschiff, der Komet, fliegt er zu neuen Abenteuern. Zusammen mit seinen Gefährten, Greg und Otto, stellt er sich immer wieder der Gefahr. Captain Future, bitte kehren Sie zu uns zurück. Unterstützt von der hübschen Geheimagentin Joan Landers und Professor Simon, das lebende Gehirn. Also los, nur Mutkippen. Das haben Sie gut gemacht, Otto. Ich bin ja schließlich auch nicht so verrosteter Wecker wie mein Nachbar. Ja, warte, du Gummi-Puppe. Ein Meteor kommt auf uns zu. Was? Üble Schurken wollen die Weltherrschaft erobern. Wird Captain Future das Universum wieder mal retten können? Greg, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Weltraum-Polizeimister S. Zellagadi, bitte kommen. Die Sache scheint ja geklappt zu haben, Captain. Die Stadt ist gerettet. Hier sehen wir uns wieder, Captain Future. Die Legende lebt weiter. Die ist von Private Records. Private Records ist ein Record Label aus Deutschland. Die machen manchmal so Soundtrack-Represses. Okay. Und die haben halt gesagt, ja, wir machen nochmal ein Captain Future Soundtrack, aber nur, wenn ihr das vorbestellt und die Kohle im Vorfeld bezahlt. Das ist der komplette Soundtrack von Christian Brun und von Christian Brun. Nicht diese Hausdienst diesmal. Nein, 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 nein. Das ist der Original Soundtrack Christian Brun. Die laufen auch auf 45 Umdrehungen, weil auf 45 Umdrehungen ist die Qualität nochmal ein bisschen besser. Weil je mehr du auf eine Platte packst, desto schlechter wird die Qualität. Und die ist alles schön auf 45, deswegen auch zwei. Ja, aber wenn du sagst, dass eine Platte, je schneller sie sich dreht. Nein, nein, je mehr du auf eine Platte packst. Je mehr du drauf packst, ganz klar. Und dann auf eine 45 Umdrehung, wenn du drauf packst, als auf eine 33 Umdrehung. Wenn die halt schön großflächig auch benutzt und nicht voll packst, bis auf die Rille. Dann hast du noch eine entsprechend gute Qualität und wenn du dann natürlich auch zwei Platten machst und deine Songs verteilst, exakt noch viel besser. Wann hast du den geschossen? Drei Jahre jetzt her. Jetzt kommt Rom an. Ja, die ist die. Nein, ich knick, da kommt der Gäste. Wir haben ja Weihnachten, aber was fange ich denn an? Ich würde die eigentlich gerne zeigen. Ja, das ist ja edel. Die habe ich mal irgendwie in den 90er, bei mir in der Lehre halt. Ich kannte Nekromantik und so und hier Todes ging. Und dann ist die Musik. Musik Musik So, Necromantik war glaube ich 87, ne? Ein Jörg Buttrecht? Todes King kam 89 oder sowas, ne? Genau, Necromantik wird das erste und das Ding war halt... 87 lang kam der zweite Film. Ey, es gab in Bochum eine Videothek, Atlantis Videothek, 24 Stunden Videothek, da hast du die Dinger gekriegt. Du hast von Dawn of the Dead diese 156 Minuten Version gekriegt, bevor die Astro Version das war. Aber da hast du die Platte nicht gekriegt, oder? Nein, die hat mir halt ein Arbeitskollege ausgeliehen, weil er wusste, ich will einfach so... Da sind ja ein paar Sprüche drauf, ich weiß auch nicht mehr wie er heißt. Hallo lieber Arbeitskollege. Das haben wir ja schon in zig Videos gesagt, immer. Pass mal auf, Alter. Ach ja, wir sind ja Trüppel, Trüppel in der Haus. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen, das muss man dazu sagen, wir haben uns nicht abgesprochen, welche Platten wir mitbringen. Und jetzt ratet mal, welche Platten... Sind du so meine Wenigkeit noch? Sind die bescheuert, Alter? Ja, du. Ja, das ist wie es ist, will man machen. Weil wir sind Trüppel Professionals. Ja, weil wir nämlich Professionals sind und hier in diesem Moment Trüppel Trouble. Unglaublich. Du hast tatsächlich gleich... Aber du wirst die selbe Ding, aber exakt alte Scheiße. Mit einem schönen Obis-Trip dabei. Ja, die Musik von Daktarien Lohmann. Ich gucke auch mal. Hermann Kopp und John Boy. Oh, Rolton. Oh, Rolton, genau. Natürlich auch. Menschentrümmer 3 fand ich auch super. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein. Das ist der Todeskind, der macht, dass Menschen nicht mehr leben wollen. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein. Ich bin dran. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich wäre ich jetzt wieder dran. ich habe dieses kleine schmuckstück schön ist auch ein guter film tatsächlich ja also verstörend phantasm is it a nightmare phantasm is it an illusion phantasm is it an evil you have to take me home no questions you must take me home phantasm is it a fantasy phantasm is it alive whatever it is das war genauso wie damals bei peter jackson ich kaufe mir eine kamera und drehen film das war genauso wie damals bei peter jackson ich kaufe mir eine kamera und drehen film so peter jackson hat das ja irgendwie bei bett ist so gemacht und auch teilweise bei meter fields und bei phantasm war das auch so nur phantasm war dann doch schon ein großer erfolg auch im kino und dazu beigetragen hat meiner meinung nach definitiv dieser soundcheck wir spielen einfach mal jetzt hier ein ding an und dann wisst ihr sofort was gemeint ist so 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 sekunde eine sache muss ich da auch zu erzählen es gibt nämlich eine death metal band ja als metaller muss ich das einwerfen die heißen funeral horror die haben ein komplettes album gemacht was auf dem soundtrick basiert geil auch mit dem mit das hat ja die melodie genau auch ihre art und weiter und gesandt also auch ein großartiges album muss man aber auch ein bisschen harte musik mögen so 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 also in so eine schöne plastik höhle und klebt die klassik höhle ich löse das wirklich von der cellophane hier teilweise mit füllen und kriegt das dann auf die plastik höhle und dann passt das also die arbeit obwohl das ist aber meine frau die annette die knibbelt auch gerne so gehen ja auch das auch immer so abziehen gehen und ich kenne es mir dann direkt oder habe es mir zum teil auch direkt auf die platte dann wieder geklebt was ich aber auch uncool fand und da dachte ich mir irgendwie lieber sammeln zu das ding noch ganz spät und jetzt ja weiß ich weiß er doch und jetzt weiß ich sollte so kommen gar erst dran ich habe noch was ich bin noch gar nicht zu dem platten gekommen ich letzte woche durch zufall erstanden habe ich würde gerne wissen das könnt ihr mal vielleicht sagen weil das ist nämlich ja gut das ist hier das mobile und dann das andere Bei den Gremlins war es doch so, dass diese süßen kleinen Plüschtierchen trinken nie was nach Mitternacht. Die durften doch nach Mitternacht zu essen bekommen. Oder nass werden. Nass werden durften sie auch nicht. Und Licht war schädlich. War das eigentlich geil? Wenn die geil geworden sind, haben sie den Pellets auch. Aber was ist dann passiert, wenn sie das gemacht haben? Nach Mitternacht? Wenn sie was zu fressen bekommen haben? Von Produzent Steven Spielberg. Gremlins, hm? Kleine Monster. Hunderte, hm? Vielleicht sind es auch Tausende. Es werden nur wenige Stunden vergehen, dann wird diese Stadt in ein Katastrophengebiet verwandelt. Und wir müssen die Menschen unbedingt warnen. Wir schwingen aus meiner Küche! Sie sind hier drin. Alle Gremlins? Heihoooo! 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 Heihooooo! Wir sind verdient und froh! Gremlins kleine Monster. Als Blue-Ray und Digital. Das war mein erster Tick. Stripe. Stripe war auf einmal der, der ohne... Ja, Stripe war der Bösewicht von Gremlins. Der Pankock, mit dem Pankock-Dinger. Und der hat, äh... Alle Klammern. Was ich viel interessanter finde an dieser Scheibe. Hier steht zwar drauf, aktiv 1,50. Ja. Aber unten steht noch der Originalpreis. 5 Mark 50. Ja. Das wäre der Standardpreis für eine Singer. Bei Live Records auch halt. 54, 55. Ja. Ein bisschen drüber halt. So was ja immer. Und 12 Mark. Maximal bis 15 Mark war glaube ich immer halt ein Album. Und die sieht besser aus als... Oh! Mit Spinne drin. Doros, erzähl du doch mal was zu einer Spinne. Das kennen die Kinder von heute ja gar nicht mehr. Schöne Grüße. Normalerweise hatte ein Schallplattenspieler, kennt ihr vielleicht, innen drin ein Buck. So wie dieses Ding hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da konnte man die großen Langspielplatten auflegen. Die waren 12 Inch groß. Diese kleinen 7 Inch Singles, wo ausschließlich Singles veröffentlicht wurden, die hatten ein großes Loch. Ja. Dann gab es damals noch einen Puck, den man in die Mitte vor diesem kleinen Pin legen konnte. So dass man diese Single entsprechend abspielen konnte. Irgendwann kam dieser Puck aber dann immer abhanden. Und deshalb hat die Plattenindustrie sich überlegt, wir machen doch hier so kleine Dreiecksspinnen. Wurfsterne. Wurfsterne. Wurfsterne, wie man sie auch immer nennt. Liebevoll. Wie geil du erklärst. Wie bei Sendung mit der Maus, Alter. Ich könnte mir das Alter die ganze Nacht anhören. So geil. Und wiederum, diese Single, auch wenn man den Puck verloren hatte, auf den großen Schallplattenspieler mit dem kleinen Loch legen konnte. Und somit hören konnte, genießen konnte, umdrehen konnte, die B-Seite hören konnte. Und das ist eine 7 Inch Single, ja. dü dü Jetzt hab's doch auch schon bei einer Mappe kruchen. Ja, aber das ist ja fast so ähnlich. Anschneiden musst du ja nicht reinschneiden, aber das habe ich ja Ka sorst Karl sitzt besser Magすごft. wir haben auch schon platten im container gefunden ist bei mir vorbeigekommen und wir haben ja im container ja genau vorbei ich würde auch in der höhe er so mitgenommen die dinge ach kommt bei mir vorbei war so adam und sowas und es gibt edel truppen auch wenn du träumst alter und ich habe hier eine platte mensch das war street musik ja ich hole ich hole einfach mal ich habe hier schon was zurechtgelegt in meiner schönen schwarzen tüte natürlich und jetzt kommt was ihr kennt den film ihr liebt den film ich habe hier zwei mitstreiter sitzen wenn die den film nicht kennen und nicht mögen dann weil sie auch nicht was den kaputt ist aber hier platz fort platz fort oder bin ich ja gar nicht so geil für centuries the society of the black dragon has sanctioned an ancient right of combat known as the kubi day open only to the world's most warriors it has never been watched by a westerner you are not japanese i can do it now for the first time the true story of america's super agent frank binks can be revealed uncle sam can't afford to let you get hurt i'm going frank is going to fight in the kumite and we're here to stop an awesome human weapon there's me just looking at who infiltrates the chinese underworld i did not come this far just don't know take them to enter a forbidden competition why don't you just get me in strict rules no press you telling me you never break rules where every fighting style every worthy opponent every deadly technique time to separate the men from the boys and only one will triumph now i will break you international martial arts sensation jean-draud van dame in blood sport the true story of the ultimate champion in blood sport hammer 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 fight to survive und und committee und vor allem feinster 80er jahre sound ja ja sicher das ist ein solcher heute heute heißt das retro wave oder synthwave genau in den 80ern ist das halt ja was soll ich dazu sagen das wird auch ein geiler auch ein geiler film also schlecht aber es ist aber richtig geil Das ist großartig, was? Was ist das? Nach einem kleinen Pin nehmen wir ein Schläckchen. Das war jetzt auch so wie die Oral-Falte, ne? Geil, so richtig so eine Bälle. Könnte ich Breakdance, konnte ich früher schon nicht, das funktioniert nicht. Und jetzt meine Freunde, kommen wir ein bisschen zu den anspruchsvolleren Themen. Wir sind nämlich jetzt mittlerweile, zumindest in meiner Zeitbahn, im Jahre 1983. Und da kam dieser Film raus. Friday the 13th Part 3 in 3D. Jason. You can't fight him. You can't stop him. And now, you can't even keep him on the screen. Friday the 13th Part 3 in 3D. Now, when it comes to killing in Jason's woods, Jason will come to you. Friday the 13th Part 3 in 3D. A new dimension in terror. It will scare you. Count on it. Und wieder ist Freitag der 13. Das schließt daraus, dass es vorher schon Teile gegeben hat. Und das ist auch richtig. Und wieder ist Freitag der 13. Ist der dritte Teil. Und der einzige Teil, der in 3D, und zwar in dem alten 3D Format gedreht worden ist. Wo man noch diese rot-grüne Brille aufschärmt haben muss, um den 3D-Effekt erkennen zu können. Aber auch sonst nicht viel andere Farben wahrgenommen hat, außer Grün und Rot. Aber dieser Titeltrack, der unter dem Bandnamen Hot Ice hier angegeben ist. Da verbergen sich trotzdem die ursprünglichen Soundtrack-Namen drunter. Ich glaube das war Harry Manfredini, der auch Haus gemacht hat. Und da müssen wir unbedingt reinhören in diese Platte. ?" ist ja bis heute der krieg zwischen den fans wer ist der beste film slasher serie ja natürlich michael meyers oder die krüger oder jason ich bin immer team jason gewesen ja muss ich ganz ehrlich sagen ich auch schöne grüße an mann grüße alter der ist ja jason alter wenn man sein gesicht abnehmen würde würde er auch so aussehen oder ja dann funktioniert sogar noch mit einer dd-brille das cover geil geil das ist auch schon da haben die brillen und du hast tatsächlich dieses stütter hier was das funktioniert ja das merkt man im film auch irgendwie wenn wir so 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 schweren in der extra so gedreht von ja jetzt haben wir aber den politikern herausgefunden der doos hat nämlich die deutsche version und du hast die italienische ja das ist ja wusste aber komischerweise steht das hier auch auf deutsch aber er um wieder ist freitag 13 er möchten sie regelmäßig über unsere neusten morde informiert werden paris also die italienische pressung mit ein paar riesen krisen aber hier habe ich doch oder nicht und trotzdem vertrieben über aviola geht hier drauf da sind sie mal zwei schweiz mittelpunkt französisch deswegen bin ich immer auf dem turm bodensee alter doch bitte schön amerika das hat ja das habe ich mich doch setzen halt auch so ein sampler halt aber ich habe dann den soundtracker loch wobei ich menschlos eigentlich noch besser finde als den titel track walk in menschlos ja da 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 da'm horizon rising up to me the purple dawn dustin Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war tatsächlich auch in meinem Top 5 Soundtrack Video, Platz Nummer 5, The Last Unicorn. Und das hat mich in meiner Jugend echt geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich im 50 Pfennig Kino und dann hat man sich das angeguckt und... Hat übrigens nichts mit dem Einhorn-Hype, der auch in den heutigen Tagen stattfindet, zu tun. Also kann man überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Aber alle Einhorn-Fans, männlich und weiblich, jung oder alt, sind aufgerufen, sich doch mal vielleicht das letzte Einhorn anzusehen. Mit Frank Zappa als Synchronsprecher. Vom Schmicker. Nein, Frank Zander. Frank Zander. Frank Zander, nicht Frank Zappa. Es ist sanft und schön und es hat gewaltige Kräfte. Das letzte Einhorn. Kann es wirklich sein? Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen? Sie ist das letzte Einhorn auf der Welt. Es muss das letzte Einhorn sein, denn es kommt zum Moly-Go. Wo ist deinem Himmel? Wo ist deinem Himmel? Warum bist du gewesen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und es hat gewaltige Kräfte, das letzte Einhorn Die unendliche Reise in eine Welt voller Wunder Das letzte Einhorn Lassen sie sich verzaubern Ich glaube, das war der chaotischste Podcast, den du hier hattest, ne? Ja, aber ihr beiden glaube ich auch, oder? Ja, doch, tatsächlich Tja, was ihr jetzt leider verpasst habt, ist die Vorstellung eines Soundtracks aus den Vereinigten Staaten Dawn of the Dead, sehr, sehr geil Und natürlich, Kong Fury Kong Fury, das Hazel of Swords Und The Beyond, oder auch Über den Jenseits Ein Zombie hing am Glockensein Nein, Beyond ist aber über den Jenseits Und damit übergeben wir an unseren Gastgeber, den Herrn Doos Sehr, sehr gerne Ich möchte mich bei meinen Gästen bedanken Gorminister, zum einen DJ DSD, zum anderen Und meine Wenigkeit Pure Dose Alles das, was wir heute nicht gezeigt haben Gibt's natürlich in der nächsten Folge Ich glaube, das wird nicht so lange dauern Ich auch nie, ne? Deshalb, wenn das wieder heißt Peace and Justice gesagt, nein Und wir sind professionell Und ihr futzenbärchen Ich werde ganz auf der Tour am dran sein Ja, peace out Aber ey, ich hätte noch was Weil wir wollen uns gleich noch vom Gorminister Ja, ist egal, kannst du ja auch wegschneiden Mir doch egal Aber ich will vom Gorminister gleich dieses Review über Episode 9 sehen Und deswegen bin ich ja auch hier Das war gleich noch über Krieg der Stern Eigentlich gesagt, du deswegen Das schneide ich mir jetzt noch raus halt Oder ich dachte mir das von los Aber ja, jetzt muss man ja So, jetzt ausschalten, tschüss und nach Hause gehen Abschalten, abschalten Abschalten, auf dem Spielplatz